Hallo, willkommen zu dieser Trainingseinheit der Rumpfmuskulatur für Einsteiger. In den nachfolgenden Videos werde ich die Übungen genau für euch erläutern. Wir trainieren die Bauchmuskulatur und die Rückenmuskulatur. Hilfe nehmen wir uns jeweils von dem Gymnastikball. Am Anfang wird der Gymnastikball eine koordinative Herausforderung für euch sein. Deshalb ist es am Anfang in Ordnung, wenn ihr den Ball an eine Wand anlehnt, damit er stabiler steht. Alternativ kann auch ein Trainingspartner den Ball fixieren. Wir trainieren nach Zeit, das bedeutet, wir trainieren jede Übung 3x 45 Sekunden lang und machen zwischen diesen sogenannten Sätzen 30 Sekunden Pause. Also Beispiel Übung 1, 3x45 Sekunden und jeweils dazwischen 30 Sekunden Pause. Ganz wichtig ist es auch, dass ihr während der Übung kontinuierlich weiteratmet. Niemals die Luft anhalten. Noch ein Sicherheitshinweis, wenn euch während des Trainings übel oder schwindelig wird, dann solltet ihr das Training unterbrechen und gegebenenfalls ein Arzt aufsuchen. Ich versuche, wenn euch die Luft anhalten. Also, wenn euch Leute anhalten, dann solltet ihr das Training machen.